Und damit herzlich willkommen auf einem Rosti-Kanal und zu einer weiteren Runde mit Nightshift and Shadebats, Lost Memories 2. Wir werden beginnen mit Nacht 4. Der Entwickler hat mir freundlicherweise gesagt, diese Nacht ist sehr extrem. Panel? Oh. What? Es fängt schon an, es fängt schon an. Ich bin schon wieder kaputt. Jawohl. Vielen Dank für das Gespräch. Continue. Night 4. Panel? Corrupted? Äh. Oh, extrem klicken. Oh. Oh, ho, ho. Panel? Ich... Nur für euch. Mach ich am Anfang mal. Oh, man muss hier extrem klicken, 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 klicken. Kling, klicken, 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 klicken. Kommt keiner. Panel? Oh. Panel? Gucken. Kommt noch was? Ja. So werde ich die packen. Das heißt wieder... 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hotel, Hawaii Küken, extrem klicken, angesagt. Das heißt, Panel an, door lockt und dann hier auf dem Corrupt Signal. Einfach klicken, was das Zeug hält. Einfach klicken, was das Zeug hält. Also wenn es mal 2 ist oder 3, dann... Ich hoffe, dass ich es irgendwie hinbekomme. Oder auch nicht. Oder wohl oder übel oder doch. Oder was. Ich würde gern... Dieses... Schwarze Teil hier wegmachen, aber... Es geht einfach nicht, weil... Die kommen so schnell und dann... Das ist so extrem... Seht ihr, hat mir niemand da. Also. Ich habe dem Spiel eine Chance gegeben. Aber nicht mit mir. Das heißt... Klicken, was das Zeug hält. Ich klicke mich jetzt einfach mal durchs WiiWare Wonderland. Man kann hier nur bleiben, auf diesem Bildschirm. Und klicken, klicken, klicken bis zum Exzess. Man kann hier nur... Und nur drauf hoffen, dass die Zeit rumgeht. Aber das kann man gar nicht tun. Nein, 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 nein. Oh, ich kriege jetzt schon wieder einen Krampf, Leute. Ich gehe mal in diese Richtung. Es geht leider nicht anders. Man muss hier bleiben. Sonst hat man keine Chance. Spiel es gern mal selber. Oder wisst ihr, was ich meine. Okay. Man kann echt nur hier bleiben. Ich habe alles andere schon probiert, wie ihr gesehen habt. Ich habe schon drei Nächte durchgespielt. Und man muss hier nur klicken, 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 klicken. ich klicke und klicke und klicke und klicke und klicke und so langsam wird meine meine hand verkrampft sich und das ist das ganze problem wenn ich die hand mal verkrampft dann ist die richtige ende aber sonst hat man gar keine chance sonst hat man keine chance What? Oh, ich kann nicht mehr. Ich bin jetzt schon am Ende. Ich bin jetzt noch schon am Ende. Am Anfang, die erste paar Sekunden geht's ja noch. Aber dann geht's wirklich nicht anders. Hört man einmal kurz nur für eine Millisekunde aufzuklicken, dann war's das. Dann hat man keinerlei Chance mehr. Oh, man muss immer zweimal klicken, damit das Signal weggeht, ne? Jesus, ich kann nicht mehr. Komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt. Kein, kein Signal? Nicht mit mir, Vater. Wenigstens geht die Zeit etwas schneller rum, aber... Wieso da vorhin gekommen ist? Keine Ahnung, ich hab echt nicht aufgehört. Ich war nur am... Ich glaub's jedenfalls, dass ich nur am Klicken war. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich könnte nebenher, was weiß ich, einen Häkelkurs machen. Mit der anderen Hand. Weil ich wusste echt nur... Ich bin hier so extra ordinär am Klicken. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Oh mein Gott, mein Freund, mein Jesus, meine Mama, mein Papa. Oh nein. Komm doch, komm doch, komm doch. Oh nein. Oh nein. What? 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 Oh nein. No. Uuuuuh! Ohhhh! Oh, ich hab'n Krampf! Oh, ich muss die Hände massieren hier! Gibt's doch nicht! Ich kann nicht mehr, Leute! Ich bin so am Ende! Ich bin am Ende! Ich weiß schon gar nicht, was ich erzählen soll! Weil... Das ist das, ne? Aber das Spiel ist so extrem! Das ist das... Das ist das... Ich weiß schon gar nicht, was ich erzählen soll! Aber ich möchte unbedingt die 84 noch packen! Oh, Entschuldigung! Ohhhh! Ich muss mal eine andere Traktik zurechtlegen hier! Das gibt's nicht! Continue! Äh... 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 Ich geh' vor Augen ... Äh... Ich glaub' meine Maus ist mittlerweile auch ausge... Ausgeleiert! Ich glaub' jetzt hört er auch das... Klick, was ich mach' Aber ich probier' jetzt den ganz anderen Taktik! Äh... Äh... Hup, 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 hup. Das darf doch alles nicht wahr sein, oder? Ah, wo ist jetzt meine Maus? Continue. Penne. Äh, ich-ich-ich-ich hab grad hier... Ich find grad meine Maus nicht mehr. Oh no! Oh no! Is it... Continue. Kleiner. Äh, äh. Ruh, 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 ruh. Ich muss... Gibt's die, oder? Ich möchte nicht! Ich möchte nicht, nein! Nein! Tell me why! Oh no! Ich kann nicht mehr, Leute! Ich bin sowas von am Ende! Ich bin sowas von am Ende! Ich bin so am Ende! Am Ende! Ich kann nicht mehr, ich muss mich da konzentrieren! Ich kann nicht mehr hochnehmen! Das ist so... Abartig! Krass! Disturbing! 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 No no! No no! No 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 no! No no no! Geh weg! Ich hab jetzt schon alles probiert hier! Ja! Wenn einem die Hand so weh tun würde! Wisst ihr? Man verkrampft halt! Man kriegt einen Krampf im Arm! Im Unterarm! Und... Man kann ja gar nichts anderes wie... ... ... ... ... ... ... Keine Ahnung! Ich weiß jetzt nicht, was ich noch probieren soll! Ich hab keine Ahnung! Keine Ahnung! Ich muss jetzt mal die Maus anders hinlegen hier! Warte mal! Oh! Stopp! Stopp! Jetzt probier alles hier! Ich... 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 Ich geb jetzt... 150% 150% Äh... 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 Ich versuch grad meine Maus irgendwie anders hinzumachen! Damit ich besser klicken kann! Ich... Ich möchte das schaffen! I will get it! Es... Ich muss... Ich versuch wehen! Ich versuch wehen! Ich versuch wehen! Oh, man! Oh, man! Ich brauch dich! Der um fünf, der ist doch unfair! Schau, schau, schau. Ich habe fünf. Äh, Bruder. Komm, wir haben doch mal vier. Vorglock. Ich glaube, meine Maus ist kaputt. Ich kann probieren, was ich will, Leute. My Maus has crashed. My Maus is dead. Hallo. Hallo. Doktor, Doktor. Give me your name. Ah, 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 ah. So hat man keine Chance. So hat man keinerlei Chance. Jesus. Jesus. Ich muss erst mal langsam anfangen. Please hold the line. Please hold the line. Ich könnte eben her euch einen Witz erzählen, aber ich weiß, ich weiß keinen. Ich mag sie. Ich bin jemand, der keine Witze mag. I don't like jokes. Ich kann't lachen. Ich bin keiner, der bei mir zu lachen kann. Nein, nein. Komischerweise. Oh, Jesus Christ. Warum sage ich einmal Jesus Christ? An den, glaube ich, schon zwei Mal. Please. Please. Oh no. Man kann, man kann es einfach nicht laufen. Das geht nicht. Wenn ich es jetzt packe, dann packe ich es nie. Dann packe ich es nie. korrekt aber und Nononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononon NONONONO NONONO 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 6 O'CLOCK 6 YES Oh 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 Jesus Das darf ja wohl nicht wahr sein Leute Ich bin jetzt wie in Trance Ich bin jetzt so Ich muss jetzt erstmal meinen Kreislauf wieder in Schwung bringen Aber ich habe Nacht 4 Mit euch zusammen gepackt Ja mein Freund I did it Ich bin fertig Ich bin am Ende Ja Leute das war Night Shift at Jaybeths Lost Memories 2 Night 4 Ich bedanke mich sehr bei euch fürs Zusehen und dann mit Freunden wenn ihr wieder dabei seid Beim nächsten Mal auf meinem Rosti Kanal Ich sage Tschö mit dir Habt euch lieb Genießt das Leben Enjoy the life And thank you very much Good night Vielen Dank bis zu sehen Euer Rosti Tschö Bis zum nächsten Mal Tschö Apres lieb Ziem Ziem Dann